Wir haben den Bus weg! 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 Also Sie haben es jetzt in der Hand. Ich kann Ihnen weder was sagen oder ich sage halt nichts. Das entscheidet Sie. So, dann mache ich mal weiter. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wir in der Vergangenheit eine Landwirtschaftspolitik hatten und die hat sich in den Grundzügen bis heute nicht geändert. Die hieß Wachse oder Weiche.